Musik Entgegen meiner Berufsbezeichnung der Auftragskünstlerin ist dieses Werk kein Auftrag. Es handelt sich einfach um eine schöne Fotografie, die als Gemälde eine besondere Wirkung versprach. Normalerweise erstelle ich Bilder nach Kundenwunsch, unter anderem Tierporträts, Landschaften und Stillleben. Getreu den mittelalterlichen Kunstwerkstätten nehme ich sozusagen die Stelle einer Dienstleisterin ein und fertige gemeinsam mit meinen Kunden Skizzen an, bis schließlich das wünschenswerte Ergebnis erreicht ist und ich mit der Arbeit am eigentlichen Werk beginnen kann. Meine Techniken sind dabei bisher das Acryl- und Aquarellmalgemälde, sowie die Bleistiftzeichnung. Wenn aber die Zeit es zulässt, wage ich gerne Ausflüge in meine eigene Fantasie, erforsche meine Möglichkeiten und male sozusagen nach Künstlerwunsch. Eines dieser Ergebnisse stelle ich Ihnen hiermit vor. Der Taucher. 80 x 60 cm Acryl auf Leinwand. Ein Experiment.